Das ist Frau Dr. Wolf. Sie arbeitet ab heute hier bei uns bei Kinderchirurgie. Sie kommt aus Berlin, von der Charité und hat sich entschlossen, hier bei uns... Wir haben uns schon vorgestellt. Also, das Geld bekommen. Du musst das Wasser dicht einpacken. Übers Wasser? Wann? Bald. Sehr bald. Sie sollten sich nicht so separieren. Kleine Ausflug gemacht. Kommen Sie bitte. Jetzt machen Sie eigentlich hier in der Provinz. Aufpassen, dass sich niemand separiert. Mir gefällt es hier. Ich habe ein schlechtes Gefühl und ich kann es nicht erklären. Aber lass mich nicht allein. Geh nicht weg. Wie spät ist es? Sollen Sie mich überzeugen? Wovon? Den Ausreiseantrag zurückzuziehen. Geh nicht weg. Untertitelung des ZDF, 2020